hallo und willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder eingeschaltet habt wir machen heute einen neuen grafikkarten test auf meinen kanal neu ist allerdings nicht ganz so richtig ihr könnt sie oben schon lesen wir testen heute eine msi radeon r9 380 armor x also eine grafikkarte die mittlerweile schon um die acht jahre alt ist ihr wisst ja sicher selber der grafikkartenmarkt ist immer noch eine katastrophe obwohl die preise in den letzten monaten schon sehr stark gesunken sind trotzdem die uvp ist bei einigen modellen erreicht aber was ist schon die uvp in der heutigen zeit 5 600 euro für eine mittelklasse grafikkarte ist der aktuelle stand und das ist immer noch für den ein oder anderen bestimmt nicht der lieblingspreis und genau deswegen schauen wir uns heute mal wieder gebrauchte grafik hardware an der schriftzug armor 2x ist besonders wichtig denn der steht für 2 gigabyte videospeicher das ist extrem wenig wer es weiß im jahr 2022 sind eher 4 gigabyte absolutes low end 8 gigabyte sind eher so der standard aber kann man denn mit 2 gigabyte grafik speicher trotzdem noch aktuelle games zocken das schauen wir uns heute mit zehn getesteten games an da gibt es schon die ein oder andere überraschung das kann ich euch schon mal vorab verraten dazu aber dann noch mal später mehr wenn ihr noch weitere grafikkarten test videos sehen wollt dann jetzt rufen in der infobox verlinke ich euch mal ein paar videos da gibt schon einiges auf meinem kanal von gebrauchten grafikkarten von amd und nvidia guckt euch mal wenn euch irgendwas interessiert und noch am ende von dem video hier wird es dann hier oben und hier drüben dann noch ein paar verlinkungen geben bevor wir jetzt mit den benchmarks starten noch ein ganz kurzes wort zum testsystem ich habe für diese radion r 9 380 ein intel system mit einem aktuellen 12.400 f verwendet das video gab es vorige woche schon auf meinen kanal mit einem timelapse bild das war eine folge von pimp my pc auf meinen kanal mittlerweile in der vierten folge wenn ihr gerne mal wissen wollt was da noch sonst alles dazugehört jetzt oben in der infobox findet ihr das video das restliche testsystem könnt ihr dann in der großen übersicht aller zehn getesteten spiele noch mal nachlesen welche treiber version und welche bildschirmauflösung etc und jetzt noch ein ganz mini kleines wort zur aufnahme ich hatte im letzten grafikkarten test video bereits schon angeteasert diesmal verwende ich nicht mehr die kamera die den bildschirm abgefilmt hat das war natürlich eher suboptimal die qualität nicht ganz so genial und diesmal habe ich eben meine capture card verwendet um die spielzähne aufzunehmen das hat natürlich den vorteil dass die cpu ihre leistung komplett für das spiel parat oder bereitstellen kann und deswegen haben wir hier keine verfälschten fps werde jetzt geht's los mit den spiele benchmarks und danach sehen wir uns dann noch mal wieder so ja Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Zeit ist rum. Wir müssen die Filter wechseln. Bewegung. Wir brauchen keine zusätzliche Strahlung, Schatz. Der Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Tja, ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Hast du das gehört? Hör ich zu? Haben Sie dich erwischt? Nein? Gut. Musik Habe ich heute Morgen höchstpersönlich frisch gepflückt. Neue Befehle? Musik Früher kamen am Marktag Wagen mit köstlichem Fettbeladen. Soll ich meinen Mann zum Frisch schicken? Wenn vielleicht fände er ja was. Jetzt bringen sie Eichelmehl und Büschel mit Klättern oder andere sie mit der letzten Hoffnung. Ich würde alle Dämonen fernhalten. Dann riffen beide Streitmächte an. Wollt ihr die Mannschaft? Alle? Die Kavallerie preschte aus dem Wald hervor. Die Infanterie kam wie eine Mauer aus dem Lumpfmaschinen. Unsere Jungs wollten sich hier ergeben. Geh fort. Der Priester bete. Siehst du das nicht? Jag ihn nicht fort, Bruderic. Alle dürfen aus dem Brunnen der Gnade des ewigen Feuers schöpfen. Tritt näher, Hexer. Musik Copyright Untertitelung. Ich töte dich! Kürtwies Krieger kauchen durch Öchwaldsnis wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Spähe für mich nach vollendet. Spähe für mich, schaus therapist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.